Leistungskur für den Astra GTC von Opel. Mit dem GTC OPC schieben die Rüsselsheimer einen echten Kraftmaier auf die Straße. Dank Turbo fallen satte 280 PS über die Vorderachse her. 400 Newtonmeter machen dabei den Gummis das Leben schwer. Damit's nicht nur geradeaus richtig vorwärts geht, trägt der OPC serienmäßig das einstellbare Fahrwerk FlexRide. Da 280 Pferde an der Vorderachse für Traktionsprobleme sorgen könnten, hat Opel vorgesorgt. Ein mechanisches Sperrdifferential versucht dann, die überschäumende Kraft im Zaum zu halten. Die schon sportliche Optik des GTC wird ebenfalls geschärft. Andere Schürzen und Schweller sowie ein optimierter Dachspoiler geben den GTC OPC zu erkennen. Zwei Endrohre im Trapezform sorgen für einen amtlichen Abgang. Innen gibt es Sportsitze für den richtigen Seitenhalt und ein unten abgeflachtes Lenkrad als sportliche Note. Ab Sommer 2012 steht das 250 kmh-Geschoss beim Händler.